ja hallo und herzlich willkommen hier zum teil 2 der weihnachtsgeschenke boxen ja in halbem stadt habe ich noch ein letzter aus weiter habt ihr ja gesehen dass wir machen jetzt ja die restlichen 24 küsse noch auf und ja da wünsche ich euch auch viel spaß bei ich werde mich wieder lasse musik laufen und dann guck mal was ich diesmal bekomme ja hallo technisch war es relativ okay sage ich war im großen ganzen die beiden benutze ich mal eben direkt so wie man auch sieht hier ich habe schon komplett einmal umgepackt dies das jenes man sieht ja komplett voll hier komplett fast voll hier die ganzen schwung trainer hier für den sektoren die ballmarker also ich habe einiges und natürlich noch im schwinn einfach den ganzen schwinn nur extra frei geräumt noch für den ganzen driss wenn wir mal schnellen und dann sagt genau hier unten alles auch noch voll von dem ganzen dritt ja ich bedanke mich recht herzlich wir uns einschalten wir sehen uns dann im nächsten video wieder bleibt gesund das gerne like und kommentare wie ihr das video fandet und bis dahin sage ich bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal